Hallo zusammen, heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2023 für Realschule Bayern, Gruppe 2, Aufgabe B4. Gruppe B4.0 lautet, die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCDS mit der Höhe AS, deren Grundfläche die Raute ABCD ist. Es gilt, AC ist 11 cm lang, das ist diese Strecke hier, BD ist 6 cm lang, das ist diese Strecke hier und AS ist 9 cm lang, das ist diese hier. Runden Sie im folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Und los geht's. Aufgabe B4.1. Zeichnen Sie das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse und der Punkt A links vom Punkt C liegen soll. Für die Zeichnung gilt Q ist 1,5 und Omega ist 45 Grad. Beginne mit der Strecke AC mit 11 cm und brauche den Mittelpunkt der Strecke, da sich die beiden Diagonalen hier schneiden. Als nächstes zeichne ich einen 45 Grad Winkel ein, da ich das Ganze ja mit Omega 45 Grad verzerrt dargestellt werden soll. Die Strecke BD, der in Wirklichkeit 6 cm, sie wird aber nach hinten um die Hälfte verkürzt, ich muss also insgesamt 3 cm einzeichnen, daher zeichne ich einen Kreis mit Radius 1,5, dann ist diese Strecke genau 3 cm. Jetzt kann ich die Raute ABCD schon mal einzeichnen. Als nächstes zeichne ich die Strecke AS mit 9 cm einfach gerade nach oben, also 90 Grad Winkel. Zu guter Letzt verbinde ich den Punkt S mit den Eckpunkten B, C und D. Damit habe ich die Pyramide eingezeichnet. Zweiter Teil. Berechnen Sie so dann die Länge der Strecke CS und das Maß des Winkels SCA. Die Strecke CS hier kommt in diesem rechtswinkeligen Dreieck ACS vor. Ich kann also den Satz des Pythagoras anwenden. Der geht wie folgt. Die Hypotenuse zum Quadrat, also die Strecke, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, nimmt die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat. Damit das hoch 2 verschwindet, rechne ich das Gegenteil. Ich will auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, ziehe jetzt die Wurzel von der kompletten rechten Seite und setze ein für AC 11 cm, für AS 9 cm. Wenn ich das eingebe, erhalte ich für CS ca. 14,21 cm. Schauen wir uns doch den Winkel SCA an. Der kommt in diesem rechtwinkeligen Dreieck. Von diesem Winkel aus gesehen ist das die Genkathete, da sie diesem Winkel gegenüber liegt, und das hier ist die Ankathete, da sie diesem Winkel anliegt. Ich brauche also den Tangens. Der Tangens von dem Winkel SCA ist Genkathete AS durch die Ankathete AC. Setze ich ein für AS 9 cm, für AC 11 cm. Die Einheiten kürzen sich raus. Der Winkel soll alleine da sein, der Tangens muss weg. Ich rechne sozusagen das Gegenteil. Tangens hoch minus 1 von 9,11 cm. Und wenn ich das eingebe, erhalte ich für den Winkel ca. 39,29 Grad. Aufgabe B 4.2. Für Punkte PN, die auf CS liegen, also irgendwo hier, gilt, die Länge der Strecke SPN in Abhängigkeit von X ist X cm. Und X ist eine reelle Zahl zwischen 0 und 14,21. Die Punkte PN sind die Spitzen von Pyramiden ABDPN mit den Höhen PNFN. Zeichnen Sie für X gleich 3 die Pyramide ABDP1 und die Höhe P1F1 in der Schrägbind zur B4.1 ein. Die Länge der Strecke SPN ist abhängig von X und für X setze ich jetzt 3 ein. Das heißt, von S zu P1 sind es 3 cm. Das heißt, hier muss ich 3 cm abmessen. Dann erhalte ich den Punkt P1. Die Höhe P1F1 einfach in 90 Grad Winkel nach unten einzeichnen. Erhalte ich F1. Und dann noch die Pyramide ABDP1 einzeichnen. Das heißt, von A, B und D zu P1 verbinden. Zweiter Teil. Berechnen Sie so dann das Maß des Winkels SP1A. Das ist dieser hier. Da kann ich den Sinussatz anwenden. Der geht wie folgt. Der Sinus von diesem blauen Winkel durch die gegenüberliegende Seite AS wird wieder Sinus von diesem roten Winkel durch die gegenüberliegende Seite AP1. Den Winkel ASP1, diesen hier, kann ich ganz einfach berechnen. Der kommt in diesem Dreieck ACS vor. Da habe ich ja die Innenwinkelsumme 180 Grad. Wenn ich davon diesen 90 Grad Winkel und diesen grünen Winkel abziehe, bleibt der rote Winkel übrig. Und der ist dann 50,71 Grad groß. Jetzt muss ich noch die Strecke AP1, diese hier, berechnen. Da kann ich den Kosinussatz anwenden. Der geht wie folgt. Die gesuchte Strecke zum Quadrat ist gleich die andere Strecke zum Quadrat plus die andere Strecke zum Quadrat minus 2 mal die andere mal die andere Strecke mal den Kosinus vom gegenüberliegenden Winkel, also davon. Soll das Hoch 2 hier verschwinden. Ich muss auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Ziehe also die Wurzel von der kompletten rechten Seite und setze ein. Für AS jeweils 9 cm, für SP1 jeweils 3 cm, für den Winkel 50,71 Grad. Und wenn ich das berechne, erhalte ich für die Strecke AP1 ca. 7,47 cm. Jetzt setze ich ein für AS 9 cm, für diesen Winkel 50,71 Grad und für AP1 7,47 cm. Der Winkel soll alleine dastehen, die 9 cm müssen auf die rechte Seite. Hier steht eigentlich geteilt, ich rechne also das Gegenteil, auf beiden Seiten mal 9 cm. Soll noch der Winkel alleine da sein, der Sinus muss weg. Ich muss also rechnen, Sinus hoch minus 1 von der kompletten rechten Seite. Da sagt mein Taschenrechner 68,82 Grad. Allerdings, es gibt ja immer noch einen zweiten Winkel, beide zusammen müssen 180 Grad ergeben. Welcher ist jetzt der richtige? Hier, dieser Winkel hier. Warum? Nämlich dem größten Winkel liegt die größte Seite gegenüber und so weiter im Dreieck. Das würde ich hier noch passen. Würde ich für diesen Winkel jetzt den kleineren 68,82 Grad einsetzen, dann wäre dieser Winkel der zweitgrößte im Dreieck. In diesem zweitgrößten liegt aber eindeutig hier die kürzeste, die kleinste Seite gegenüber. Das funktioniert nicht. Also muss dieser Winkel der 111,18 Grad Winkel sein. Aufgabe B4.3 Zeigen Sie, dass für das Volumen der Pyramiden A, B, D, P, N in der Abhängigkeit von X folgendes gilt. Zuerst die Formel für das Volumen einer Pyramide ist immer ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist das grüne Dreieck hier. Die Höhe ist hier die Strecke F, B. Die Formel vom Dreieck ist immer ein Halb mal Grundlinie mal Höhe. Als Grundlinie kann ich die Strecke B, D hernehmen, diese hier. Und als Höhe die Hälfte der Strecke A, C. Das ist die gesamte Strecke A, C. Ich brauche aber nur hier diesen Teil, die Hälfte davon, also die halbe Diagonale. Jetzt berechne ich die Strecke F, N, P, N. Das ist jetzt diese hier. Die kommt in diesem Dreieck vor mit zwei Parallelen. Und bei zwei Parallelen sollte ich immer an den Strahlensatz oder Vierstreckensatz denken. Der geht hier wie folgt. Das kurze Parallelenstück, das hier, durch das lange Parallelenstück, das hier, ist wie das kurze Geradenstück, von C zu P, N, durch das lange Geradenstück, von C zu S. Kann ich einsetzen. Für A, S 11 cm, für C, S 14,21 cm und die Strecke C, D, N, diese hier, ist ja, wenn ich von der gesamten Strecke C, S 14,21 cm, dieses Stück, und das ist x cm, abziehe, dann erhalte ich eben diese Strecke. Als nächstes soll jetzt das Rote hier alleine dastehen. Die 9 cm müssen auf die rechte Seite. Hier steht eigentlich geteilt. Ich rechne also das Gegenteil auf Beinzeit mal 9 cm. Dann schaut das Ganze wie folgt aus. Und die Zentimeter hier kürzen sich schon mal raus. Als nächstes kann ich jetzt diesen Bruch hier aufsplitten. Das Unternenner minus das Unternenner. Schaut wie folgt aus. Jetzt kann ich vereinfachen. Das hier ergibt ja 1. Und jetzt muss ich ausmultiplizieren. 9 mal 1, das ist 9. Und 9 mal den Bruch, dann darf ich die 9 in den Zähler ziehen. Jetzt kann ich das hier noch vereinfachen. 9 durch 14,21 ergibt insgesamt 0,63. Und das x noch mitnehmen. Jetzt kann ich einsetzen. Für B, D setze ich 6 cm ein. Für A, C 11 cm. Und für F, N, P, N, das habe ich gerade berechnet, setze ich das hier ein. Jetzt kann ich hier das Vordere schon mal zusammenrechnen. Das ergibt 5,5. Und jetzt nochmal die Klammer. 5,5 mal 9 ergibt 49,5. 5,5 mal minus 0,63x ergibt minus 3,47x. Damit habe ich das bewiesen, was ich hier beweisen sollte. Aufgabe B 4.4 Ermitteln Sie rechnerisch, für welchen Wert von x das Volumen der zugehörigen Pyramide A, B, D, P2 um 80% kleiner ist als das Volumen der Pyramide A, B, C, D, S. Zuerst wieder Formel für das Volumen der Pyramide ist 1 Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Ich taue mir die Pyramide A, B, C, D, S an. Das ist diese hier. Sie hat als Grundfläche eine Raute und als Höhe die Strecke A, S. Die Formel bei der Raute für den Flächeninhalt ist immer 1,5 mal die eine Diagonale mal die andere. Hier also A, C und B, D. Das kann ich einsetzen. Für A, C 11 cm, für B, D 6 cm, für A, S 9 cm. Und wenn ich das berechne, erhalte ich ein Volumen von 99 cm³. Das Volumen der Pyramide A, B, D, P2. Das grüne hier soll also jetzt um 80% kleiner sein als das blaue. Und 80% kleiner bedeutet ja 20% von etwas und 20% ist nichts anderes als mal 0,2. Das heißt, das grüne soll mal 0,2 das blaue sein. Mathematisch also das hier. Das kann ich zusammenfassen. 0,2 mal 99 ergibt 19,8. Jetzt löse ich nach X auf. Das heißt, die 49,5 kommen auf die rechte Seite. Hier steht ein Plus. Ich rechne das Gegenteil auf beiden Seiten minus 49,5. 19,8 minus 49,5 macht minus 29,7. X soll alleine dastehen. Dazwischen ist ein Malpunkt. Ich rechne also das Gegenteil auf beiden Seiten geteilt durch minus 3,47. Das geteilt durch das ergibt für X einen Wert von 8,56. Aufgabe B 4.5 Unter den Pyramiden ABDPN hat die Pyramide ABDP0 das größte Volumen. Begründen Sie, weshalb das Volumen der Pyramide ABDP0 halb so groß ist wie das Volumen der Pyramide ABCDS. Also das Volumen dieser Pyramide soll halb so groß sein wie das Volumen dieser kompletten Pyramide. Als allererstes, für das größte Volumen muss dieser Punkt P ja so weit hoch wie möglich, also im Punkt S, liegen. Das ist also mein Ansatz. Wenn das der Fall ist, dann habe ich folgendes. Dann habe ich eine Pyramide mit diesem Dreieck als Grundfläche in der Spitze S und einmal die Pyramide mit der Raute als Grundfläche und auch die Spitze S. Das heißt, beide Pyramiden haben die gleiche Höhe. Allerdings ist der Flächeninhalt des Dreiecks hier nur halb so groß wie der Flächeninhalt der Raute. Das bedeutet, dass das Volumen der Pyramide mit dem Dreieck als Grundfläche nur halb so groß ist wie das Volumen der Pyramide mit der Raute als Grundfläche. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald!